Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben Können ja andere gerne fahren, mir ist egal was andere machen Doch ich steh halt auf Rollschool, deshalb fahr ich Klassiker Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann Ist ja auch egal, jedem sein Ding Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Träckpartikel Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfer-Trikkel Nicht gerade nachhalte ich, was ihr da so macht Wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt Ja, moin zusammen So, nächster Teil Was wir bei der Gelegenheit noch machen Solche vergammelten Massepunkte Man sieht hier an der Seite schon ganz gut Grün sparen Die machen wir auf Reinigen die Jetzt ist einmal alles offen Kann man das auch gleich machen Das dürfte das Glührelais sein hier Habe ich aber nie irgendwelchen Ärger mitgehabt Lassen wir in Ruhe Never change your running system Wie man so schön sagt Die Servopumpe Habe ich jetzt das dritte Mal Das vierte Mal eingesprüht Da können wir gleich mal dran gehen Hier sieht man übrigens ganz gut Die Ohrringe von der Klimaanlage In dem Fall sind die in gutem Zustand Die Klimaanlage grundsätzlich lief auch Bis auf einmal er hier anfing zu klappern Ja Und das genau in dem Moment, wo es warm wurde Vielen Dank auch Ja, wie man sieht Der Motor ist kurz trocken Der rostet quasi schon So dicht ist der Spannrolle Muss ich definitiv besorgen Die hat es definitiv hinter sich Hört man auch Wie gesagt, der ganze Wagen Das ist kein Scherz Alles an dem Auto ist mehr oder weniger Erstausrüstung Wir haben jetzt runter 400 Moment mal 400 400 467.852 Also 468.000 Und Respekt VW Ihr konntet das irgendwann mal Und dann habt das verkackt Ja Was auch noch ganz wichtig ist Der Ladenduftkühler Den nehme ich gleich mal hier raus Der sieht nämlich Entsprechend Schlecht aus Man kann kaum durchgucken Da ist nicht viel Mit durchgucken Ja Vielleicht kann man bei der Gelegenheit auch mal gucken Ob ein größerer reinpasst Ich habe noch ein paar hier Größerer Ladenduftkühler Kühlere Luft Weniger Belastung Etc Ja Gut Ich baue den mal aus Und dann sehen wir uns gleich wieder Jo Das bisschen hier ist der Ladenduftkühler Jetzt mal gegen Licht hält Viel Durchsatz ist doch nicht mehr Ne Ja Der muss definitiv gereinigt werden Hoffentlich ist er noch dicht Aber ich habe nie irgendwie gehört Dass da Druck rausgeht Ja Das ist Ein übler Zustand Ja Übel Ja Okay Ich reinige den Gucke ich mir bei der Gelegenheit auch die restlichen Kühler im Paket an Achso Die Stoßstange selbst Also das ist eigentlich die Stoßstange da Nicht das Plastikteil hier oben Die Stoßstange selber ist sauber und gerade Das sind nur noch zwei Schrauben Dann hast du sie draußen So Das restliche Kühlerpaket ist relativ leicht zu erkennen Wie gesagt bei einem Unfall Diese komplette Front Einfach austauschen Weiterfahren Das ist wirklich interessant Und wie gesagt Schlachtfahrzeuge gibt es für den Apfel und Ei Der Christian Derger Brauchen die Dinger Das da dürfte Ordne ich jetzt einfach mal als Trockner ein Mal gucken ob ich den erhalten kann Ob ich den mal In den Backofen packe Wir werden sehen Ja Ich sehe auch einen Schaden hier Ja Das dürfte wohl Das Tier gewesen sein Mal gucken ob ich das irgendwie geklebt Kriege Hier sieht man auch ganz gut Das ist GFK Glasfaser verstärkter Kunststoff In dem Fall sieht man die Glasfasern sogar äußerst gut Ja Ja Der dementsprechende Schaden Wenn man gegen den Reh ballert Hier hat sich auch irgendwas verewigt Im Kühler Also im Kondensator Tja ja So ist das Den habe ich glaube ich auch einmal da ohne Beschädigung Den Trockner habe ich auch noch einmal da Aus einem geschlossenen System Auch ohne Beschädigung Muss ich mal gucken Wie ich das mache Gut Jetzt habe ich erstmal den Ladeluftkühler sauber Und dann sehen wir es da wieder So Mal durchgucken Da war ein Sumpf drin Ernsthaft Der Wagen wird wahrscheinlich jetzt um die 240 Spitze laufen So Wir bauen aber heute die Servopumpe aus Mal gucken ob sie willig ist Jetzt nach dem ganzen Öleintrag hier oben Wir werden sehen Gut So noch machen werden Wir werden den Motor mal sauber machen Das was man hier so sieht Ja Sehr schön Ich bin mal wieder beeindruckt Wie lange dieses Auto hält Ja Jetzt geht es los Ein 17er natürlich Ja Gut Mit dem Schlagschrauber können wir hier natürlich nicht arbeiten Um das los zu rütteln Ja Dabei hilft man sich am besten folgendermaßen So Schön sicher draufsetzen Nochmal nachgucken Ob das alles so schön ist Und dann Problem ist immer Wenn ihr solche Überwurfmuttern habt Dass sie sich mit dem Rohr verbinden Und wenn du das hier drehst Das ganze Rohr sich mit verdreht Habt ihr ganz oft bei Bremsleitungen Dann ist das eine echt gute Möglichkeit Das zu lösen So jetzt brauchen wir eine Ölwalle Dann kommt garantiert noch Öl raus So Jetzt den Ausgleichsbild hingetan Ah da ist er Irgendwie oben ein Ich habe mir jetzt gesagt bevor ich Ersatzteile kaufe Ich habe noch nichts geingekauft Das Ding hole ich auf jeden Fall raus Ob ich noch irgendwelche Dichtungen brauche Die Spannrolle Will ich erst draußen haben Gucken ob ich da noch irgendwas brauche Ähm Ja sind so einige Klamotten Wie viele Dichtringe ich brauche für den Klimakompressor Ist auch noch so eine Geschichte Ich muss den noch hier trennen Ja Ölwechsel lasse ich erstmal sein Der hat kein Öl verbraucht Gar nichts Ich habe nichts nachgekippt Und eigentlich ist er auch noch nicht dran Man muss auch nicht übertreiben Alle 10.000 ist vollkommen in Ordnung Glühkerzen etc. Hat er auch keine Probleme mit Der Anlasser macht ein paar Geräusche Der läuft immer so ein bisschen nach Den werde ich auch rausnehmen Also wenn schon einmal revidieren Dann richtig Wenn einmal die Front ab ist Kann man auch den Anlasser ganz gut ausbauen Da kommt man jetzt auch vernünftig dran Das ist immer eine super Gelegenheit Ein paar Wartungsarbeiten gleich mitzumachen Es ist nichts ärgerlicher Als wenn du jetzt alles hier machst Inklusive Klima auffüllen Mit allen drum und dran Und 5 Minuten später geht dir irgendwas kaputt Wofür du die Front wieder abnehmen musst Das wäre blöd Weil wenn die Klimaanlage gefüllt ist Musst du erst zu jemanden gehen Der so ein Klimaanlagengerät hat Klimaanlage evakuieren Und hinterher wenn es repariert ist Wieder auffüllen Du kaufst auch alles Geld Also von daher Lieber jetzt einmal komplett Wir machen das hier Und nachher Und nachher Und nachher Das ist natürlich Und nachher Wir machen das hier Wirkung bei ihr fertig kommt auf jeden fall noch ein bisschen was wiederholig system lenkung wenn jetzt das problem hat dass hier so eine freidrehende riemenscheibe hat man kann sich jetzt nichts lösen und ihr wollt die blockieren eine einfache möglichkeit deswegen schmeißt man zum beispiel alte karl riemenscheibe auflegen dann festhalten einmal umklicken einmal zweimal und drehen wir ein stück weiter dreimal riemenscheiben kann man ganz gut festhalten deswegen alte karl riemenscheibe nie wegschmeißen in dem fall sitzen 24 schlüssel das ist super für solche gelegenheiten so mal eben ins geheime lager gerannt die andere servopumpe geholt sieht auch schlecht aus machen wir gleich erstmal sauber mal gucken ob dies die gleiche ist ja 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 ist die gleiche die war absolut nicht auch die machen wir sauber auch die machen wir sauber hier haben wir den Ladewurstkühler als tipp Backofenreiniger werdet ihr gleich sehen die lege ich gleich schon mal ein obwohl ich sollte die vielleicht nicht mit Backofenreiniger von innen sauber machen muss man von außen hier sauber machen egal was haben wir da ein Karton eine neue Spannrolle dann haben wir festgestellt dass den klappert ein schickes neues Gerät kommt rein bei der Gelegenheit auch gleich wenn wir schon mal alles auseinander haben oder Raumversiegelung das werden wir jetzt ersetzen wie ihr vielleicht sehen könnt hatten wir den Wagen zwischendurch aufgeladen haben den weggefahren und einmal abgedampft die ganzen schwarzen Stellen die sind jetzt weg die Servopumpe ist auch etwas andersfarbig jetzt ja das ist das praktische wenn man einen Autotrailer hat ansonsten kannst du das Ding an einer Tankstelle auseinander bauen habe ich euch schon mal gezeigt dass wir einen Waschbetrieb haben hier wo man wo man Motorwäsche machen kann den Klipp aufmachen wie auch immer das funktionieren soll sonst nehmen wir einfach diesen Dinger raus jetzt sieht man ganz deutlich hier oben die Spannrolle da sind die Verschraubungen mal gucken ob die Spannrolle die erste ist das würde mich jetzt mal interessieren es ist die erste ja unglaublich 2000 muss ich euch mal irgendwie das muss ich euch mal zeigen da seht ihr diese 00 das ist das Datum die vier Punkte 4 4000 das ist die erste Spannrolle bei dem Auto die darf jetzt auch kaputt gehen die darf jetzt auch kaputt gehen ok ja man hört es soviel zum Thema Qualität also VW konnte das mal da ist die neue hier man hört natürlich nichts ne ja hier 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 und hier hier Spannroll ist neu. Servolenkung. Pumpe. Da werde ich morgen ganz in Ruhe ohne Kamera gucken, dass ich da alles entroste und lackiere. Und im nächsten Video sehen wir uns wieder, wenn ich Hohlraum versiegele und das ganze wieder zusammenbaue. Viel ist ja auch nicht mehr. Wie gesagt Ölwechsel lasse ich jetzt sein. Ich habe noch 3000 Kilometer. Er hat keinen Millimeter Öl verbraucht. Von daher, ich wünsche euch einen Samstag zu starten die Woche und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Ciao.